Heut ist die frähere Regel. Das war die Arzahn. Das war's für heute. Boah, die Eisbär frisst den ganzen Apfel weg. Lela, Lela. An die neuen Nae. Jetzt grüßt ihr wieder die Scheiße. Das ist süß. Wie der Herr Kern fertig war mit dem Kass vom Frühstück. Jetzt haben sie wohl hohe kaltes Wasser, dickes Fell am Bauch und so. Und hier macht ihnen das kalte Wasser auch nichts mehr aus. Ich glaube, es die Vorderen auseinander kennen. Ich bin Augenoperator, Laken, Brille, Linsen und neue Linsen. Nö. Also am ersten Tag nochmal x Untersuchungen. Ja, das hätten wir aber beschränkt. Das machen die Zähne. Äh, die Brille aber jetzt. Mhm. Mit dann haben wir aber die andere. So. So, wenn jede Bewegung freut. der jetzt aufgehört hat. Und jetzt, ja. Hätt ich nicht registrieren das schon von Leuten aus. Jetzt hat er's geschafft. Ja, ich werde es sehen.